Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und ich bereite für euch heute ein fruchtiges Chili Chutney zu. Das passt hervorragend zu gegrillten, zu Fleisch, zu ganz vielen verschiedenen Sachen. Gehen wir gleich noch darauf ein, aber wir wollen jetzt nicht lange vorreden, sondern direkt anfangen mit dem Zubereiten. Was wir brauchen ist folgendes, wir brauchen zwei Zwiebeln, die habe ich geviertelt. Wenn ihr mögt könnt ihr auch Schalotten nehmen, die sind etwas kräftiger und haben einen klein wenig schärferen Geschmack. Dann bitte aber entsprechend mehr. Die kommen hier in unseren Thermomix hinein und eine rote Chilischote. Das ist jetzt eine eingelegte. Ihr könnt auch frische nehmen. Nehmt auf jeden Fall die Kerne raus, weil sonst wird es wirklich zu scharf und ihr müsst echt aufpassen, weil diese Schärfe, die setzt sich an den Fingern fest und wenn du dir da ins Auge reibst oder Nase oder sonst was, das tut verdammt weh. Ich spreche aus Erfahrung. Leute die ganz empfindlich sind, sollten vielleicht auch echt in die Einmalhandschuhe oder sowas tragen. Also Chilischote dazu und das Ganze kommt für vier Sekunden auf Stufe 5 in unseren Mixtopf. So, das Ganze schön nach unten schieben und der Chili, der hat sich jetzt schön oben abgesetzt hier. Oh, das riecht aber schon richtig scharf. Das fand ich gleich wieder an zu weinen. Als nächstes 500 Gramm Tomaten. Die haben wir entkernt und in Würfelchen geschnitten. 100 Gramm Rohrzucker und 100 Gramm Rotweinessig. Die wiege ich jetzt direkt aus der Flasche hier ein. Durch diesen Zucker und durch den Essig wird das Chutney auch noch konserviert. Das heißt, das ist so etwa drei, vier Monate ist das durchaus haltbar im Kühlschrank. Wobei ich ehrlich bin, bei der richtigen Grillparty wird das gar nicht so lange halten. Krise Salz dazu und um das Ganze ein bisschen sämisch zu binden, nehmen wir noch einen Teelöffel Johannisbrotkernmehl. Ja, das ist glutenfrei und das bekommt ihr auch eigentlich im Bioladen oder auch in anderen Fahrgeschäften. Deckel drauf. Das Ganze jetzt 20 Minuten bei 100 Grad im Linkslauf ohne Deckel. Allerdings solltet ihr dann als Spritzschutz hier einfach den, ihr kennt das, einfach das Sieg draufsetzen, dass es da nicht spritzt. 20 Minuten, 100 Grad, Linkslauf Stufe 1. So und dann warten wir mal bis das fertig ist und dann geht es weiter. 20 Minuten vorbei und ja schade, dass es immer noch kein Duft Internet gibt, was aber so wie ich die Entwicklung einschätze nur noch eine Frage der Zeit ist, denn es riecht wirklich köstlich. Gerade der Essig und das Chili, das ergibt wirklich, ja wow, genial, genial. Was wir jetzt noch machen müssen ist etwa 1 Teelöffel Senfkörner dazugeben, die dem Ganzen auch nochmal eine Würze verleihen und das nochmal bei 10 Sekunden bei Stufe 3 Linkslauf durchmischen und fertig. So das Ganze füllt ihr ab, entweder in ein Schraubglas, ganz klar, wenn ihr das länger haltbar machen wollt. Da gibt es ja etliche Diskussionen gerade im Wunderkessel Forum, ob man das jetzt auf den Kopf stellen soll oder besser nicht, damit das Plastik dann nicht aufgelöst. Das ist mir ehrlich gesagt egal, denn ich habe ein Queckglas hier und da kommt das rein und da ich morgen auf einer Grillparty eingeladen bin, weiß ich, das wird gar nicht so lange haltbar sein müssen. Also wenn ihr es abfüllt, Schraubgläser bis oben in voll, schön heiß ausspülen und so weiter und sofort Vakuum ziehen lassen. Macht das wie ihr das am besten könnt, wie ihr das auch mit Marmelade machen würdet und wie gesagt dann ist es so etwa vier Monate im Kühlschrank haltbar. So ihr seht das ist jetzt etwa die Menge die wir jetzt gerade gekocht haben. Ich werde auch mal probieren. Es ist jetzt natürlich noch warm, aber das tut dem ganzen glaube ich keinen Abbruch. Ja das hat eine ordentliche Schärfe. Also wenn man scharf mag ist das auf jeden Fall gut. Für Kinder weiß ich jetzt nicht ob das geeignet ist, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das wirklich auch zu einem wild gebratenen oder sowas auch passen könnte. Weil es hat wirklich auch eine sehr fruchtige Note. Das ist ein sehr gutes Chutney. Es gibt noch ganz ganz viele Chutney Rezepte und vielleicht schreibt ihr einfach runter in die Kommentare ob ihr auch noch Chutney Rezepte habt und ob ihr Lust habt vielleicht noch mehr Chutney Rezepte zu sehen. Ja da Grillsoßen oder sowas immer zu mitnehmen ist vielleicht auch eine ganz nette Sache. Also kommentiert, schreibt mir und ja vergesst nicht das Video zu liken und natürlich unseren Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns ganz ganz bald wieder hier in der Wunder Kessel Küche. Bis dahin sage ich guten Appetit und Tschüss!